Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir bekämpfen jede mögliche Bedrohung und dennoch nimmst du mich auf Hallo Sohn Du hast mich zu einer scheiß Waffe gemacht Ehrlich, nimm dich nicht so wichtig Meine Damen und Herren, da draußen ist eine Hexe aus dem 5. Jahrhundert Die will alles Leben auf der Welt ausrotten Geil, Hausaufgaben Warum kämpfst du für jene, die dich hassen und fürchten? Lass die Schwächlichen hinter dir Aus ihrer Asche Wirst sich ein neues Eden erheben Okay, Prophezeiung, wo es um fröhliche Dinge geht, finde ich geiler Müssen wir nicht die Welt retten oder sowas? Ja, okay, es geht los Schlüpf in dein Ketchup Ja, komm, legen wir los Wehrt mein König Wir gehören zusammen, du und ich Stimmt, aber das würde nicht funktionieren, denn Denn ich bin Steinbock und du bist ne verkackte Irre Stimmt, das ist ein neues Leben Das ist ein neues Leben Vielen Dank.